Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück im Microsoft Flug Simulator mit einem neuen Flugzeug der TFDI MD-11. Dieses Flugzeug ist vor kurzem rausgekommen und ich freue mich sehr jetzt heute mit euch mal einen Beispielflug durchzuführen. Wir stehen gerade in Leipzig und werden jetzt gleich rüber nach Luxemburg schippern. Kurzer Disclaimer noch vorweg, je nachdem wann ihr das Video schaut, kann es natürlich sein, dass sich dieses Flugzeug wieder ein bisschen verändert hat, dass manche Sachen anders funktionieren, besser funktionieren vielleicht, weil das Flugzeug zum aktuellen Zeitpunkt noch in einem relativ frühen Stadium ist. Trotzdem funktioniert alles Wichtige, ihr könnt das Flugzeug kaufen, wenn ihr das möchtet und es ist eine tolle Abwechslung zu den Flugzeugen, die man sonst im Flugsimulator hat. Alles weitere werde ich euch dann aber gleich im Flugzeug erklären. Die MD-11 ist ein Flugzeug, das es schon relativ lange gibt, von McDonnell Douglas damals als Weiterentwicklung von der DC-10 gebaut worden. Und ist tatsächlich auch nur ein paar hundert Mal verkauft worden. Da war viele, viele Jahre, wie ihr hier seht, für die Lufthansa Cargo im Einsatz und ist da mittlerweile ausgeflottet worden. Dort fliegt nur noch die 777 Frachtvariante. Aber zum Beispiel FedEx fliegt mit dem Flugzeug immer noch und auch dieses Flugzeug gab es mal als Passagiervariante. Wir wollen uns heute anschauen, wie man das Ding fliegt, wie man es von A nach B bekommt und auch so ein bisschen darauf eingehen, wie sich das Flugzeug aktuell zumindest verhält. Es kann ja immer noch sein, dass sich mit diversen Updates dann noch was verändert. Weil es ja ums Flugzeug geht, würde ich sagen, wir hüpfen direkt ins Cockpit und schauen uns an, wie wir unsere Flugvorbereitung machen. Im Cockpit angekommen, empfehle ich euch auch hier als allererstes mal ins Tablet zu gucken und da eure Flugplan-Daten einzugeben, bzw. eure Simbrief-Daten in den Optionen des Flugzeugs so zu konfigurieren, wie ihr das gerne hättet. Es gibt die MD-11 nämlich auch in der militärischen Version, das heißt so ein paar Optionen sind nur für Militärflugzeuge gedacht und je nachdem was ihr fliegt, müsst ihr euch das dann halt einfach in den Optionen konfigurieren. Ansonsten haben wir hier auch die Panel-States, wir haben Services, wir können die Karten über Navigraph hier aufrufen, wir haben eine Performance-Berechnung, wir können hier das Flugzeug beladen und hier können wir dann über Simbrief unseren Flugplan importieren. Jetzt möchten wir aber erstmal ein bisschen Strom auf den Flieger bringen, das heißt als allererstes gehen wir ins Overhead-Panel. Schalten hier unsere Batterie einmal an, die ist hier unter dieser Abdeckung versteckt und bevor wir die external Power drauf geben, machen wir es so wie bei anderen Flugzeugen auch. Wir gucken einmal, dass die Wiper aus sind, wir gucken, dass unser Fahrwerk unten ist, die Schubhebel sind auf idle, der Rest ist hier auch verstaut. Unser Wetterradar ist aus, können wir auch nochmal hier auf auf drücken, um das zu bestätigen und die few Cut-Off-Switches sind auch aus und das Flugzeug versucht auch nicht gleich irgendein Triebwerk zu starten, wenn wir da gleich Strom drauf bringen. Jetzt können wir die external Power hier oben in der Mitte mit dazu nehmen, dann erwacht unser Flugzeug zum Leben und die Bildschirme unten werden hell und dann müssen wir jetzt noch so ein paar Tests machen, so ein paar Schalterchen drücken, bevor wir dann richtig loslegen können. Als allererstes müssten wir jetzt einmal unseren APU und Engine Fire Test machen, dazu hier oben den weißen Knopf einmal gedrückt halten und einfach einen kleinen Moment warten und dann hören wir gleich auch die entsprechenden akustischen Ansagen. Und das hat aber alles wunderbar funktioniert. Wir könnten jetzt auch direkt die APU starten, wenn wir sie bräuchten, in unserem Fall aber aktuell noch nicht nötig. Und dann drücken wir jetzt so ein paar Knöpfe im O-Wide Panel. Als allererstes, wie in fast jedem Flugzeug, schalten wir unser ARS an. Auch hier nicht wundern, wenn wir so eine kleine akustische Meldung bekommen. Dann können wir einmal hier durch das Panel runtergehen. Engine Ignition schalten wir für später schon mal auf A oder B. Wir nehmen heute mal Engine Ignition A. Die Hydraulikpumpen und sowas müssen wir gar nicht anfassen. Es gibt bei der MD-11 die Logik, entweder man lässt das Flugzeug machen oder man geht in den Manual Mode. Dazu kann man dann hier System auf Manual zum Beispiel stellen. Dann kann man das von Hand steuern oder man lässt es eben auf Auto, wie es meistens der Fall ist. Dann kümmert sich nämlich das Flugzeug um alles. Ansonsten ist hier unser Electric Panel. Da müssen wir einmal die Emergency Power auf Arm stellen und dann können wir hier weiter das Panel durchgehen. Hier haben wir das Air Conditioning. Da müssen wir aktuell noch nichts machen. Dann können wir hier unten die Emergency Exit Lights einmal armen und die No Smoking Signs und Seed Bell Signs anschalten. Je nachdem, ob es hell oder dunkel ist, schalten wir zu den NAV Lights dann auch vielleicht noch die Logo Lights mit an. Die restlichen Lämpchen bleiben aber erstmal aus. Dann sind wir im Overt Panel soweit erstmal fertig. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Licht anschalten, wenn wir es denn bräuchten. Wir fliegen bei Tageslicht, da brauchen wir das also erstmal nicht. Und damit das Flugzeug dann schon mal weiß, wo es steht, gehen wir hier einmal auf FMC1, auf FlightplanInit und drücken hier auf den Knopf Initialize IRS. Mehr müssen wir hier erstmal gar nicht machen. Wir können nochmal ganz kurz auf Menü FMC1 gehen und gucken, dass hier das richtige Flugzeug mit einer aktuellen Database hinterlegt ist. Da das Flugzeug jetzt noch nicht lange draußen ist, gibt es hier noch keine aktuelle Database. Die ist also schon ein bisschen älter, macht aber überhaupt nichts. Auf unserem Flug heute ändert das nichts. Und unseren Standby Indicator, wenn wir den haben, den würden wir einmal noch ziehen, dass der dann quasi in der horizontalen Position ist. Dann gucken wir ansonsten, dass unsere Parkbremse gesetzt ist. Hier sehen wir übrigens auch die Indikation für die Parkbremse. Wir haben also genug Druck drauf und was wir jetzt auch noch einmal testen können, ist das Interior Light. Dazu einfach hier bei Annunciator Lights auf Test drücken und dann seht ihr, welche Lämpchen hier alles leuchten können. Wir können gucken, ob alle funktionieren. Auch die Displays werden einmal gecheckt, aber hier schaut das alles gut so weit aus. Dann können wir uns auch schon dran machen, unseren Flugplan einmal reinzuladen. Dazu gehen wir ins Tablet, klicken hier auf Import Flight Plan, den zieht er sich dann von Simbrief. Und wie gesagt, heute geht es für uns von Leipzig nach Luxemburg mit der Charlie Hotel von der Lufthansa Cargo. Hier sehen wir auch schon unser Routing. Nefco to Sierra Departure nach Nefco, dann über verschiedene Wegpunkte und Airways bis zum Wegpunkt Btex und dann auf die Btex 4 Kilo Arrival. Unser geplanter Blockfuel sind 18,9 Tonnen. Für den eigentlichen Flug brauchen wir knapp 8,2 Tonnen mit Contingency und Taxifuel und so weiter. Und Alternate Fuel macht das also diesen Blockfuel. Wir haben natürlich immer noch die Option, da noch was extra mitzunehmen. Und die geplanten Gewichte sehen wir hier auch schon mal. Das geplante Zero Fuel Rate liegt bei 191 Tonnen heute. Das geplante Take-off Rate bei knapp unter 210 Tonnen und mit knapp über 200 Tonnen werden wir dann später in Luxemburg landen. Geplante Reiseflughöhe 24.000 Fuß mit einem Kostindex von 193 und wir haben eine Flugzeit von 58 Minuten. Bei unserem Flug haben wir heute jetzt die Möglichkeit bis zu 17,2 Tonnen noch extra mitzunehmen. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie das Wetter unterwegs ist, wie das Wetter an Start- und Zielflughafen ist. In unserem Fall ist jetzt heute nicht so Topwetter. Das heißt, ich würde mal ein bisschen was noch extra tanken. Unser Spritverbrauch pro Stunde auf diesem Flug liegt bei knapp 8,4 Tonnen. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein bisschen extra Sprit mitnehmen wollen, falls wir zum Beispiel in Luxemburg nochmal durchstarten müssen, müssten wir jetzt also da auf die 18,9 Tonnen noch was obendrauf packen. Ich würde sagen, wir machen heute mal 21 Tonnen, dann haben wir 2,1 Tonnen extra drauf. Und das ist auf jeden Fall im Possible Extra abgedeckt. Und wir können auch gleichzeitig nochmal durchstarten, ohne gleich dann diverten zu müssen. Unser Alternate übrigens steht auch hier mit drin. Das ist LFPG, also Paris-Charles de Gaulle. Und dann können wir direkt nämlich hier auf Set Fuel und Set Payload theoretisch drücken. Da wir jetzt aber was extra mitnehmen möchten, klicken wir hier einfach auf Payload. Sagen jetzt, wie viel Cargo wir dabei haben. Bei uns sind das heute 74.400 Kilogramm. Und statt der 15.000 Kilogramm Sprit, die jetzt hier mit drin stehen, möchten wir gerne 21.000 mitnehmen. Wenn wir das gemacht haben, klicken wir hier auf Set Payload. Dann sagt er uns, wir haben eine Load jetzt von 56%. Unser Grossweight 208,1 Tonnen. Also ein bisschen unter dem, was Simbrief für Stack of Weight berechnet hat. Das macht aber überhaupt nichts. Und hier seht ihr nochmal die Payload und den Fuel, den wir eingegeben haben. Jetzt könnten wir das ganze Routing von Hand eingeben oder wir können uns das Leben leicht machen. Wir klicken einfach auf Dispatch und auf Send Flight Plan to FMC. Dann steht hier unten rechts Flight Plan Send. Das ist nochmal die Bestätigung, dass das funktioniert hat. Wenn wir nämlich jetzt hier auf Flight Plan Innet klicken, dann sehen wir auch schon, der Departure Airport steht drinnen. Der Arrival Airport steht drinnen. Zwar nicht alles ausgefüllt, aber das meiste ist zumindest schon mal da. Ja, unser Alternate haben wir gesagt, ist Charles de Gaulle. Den geben wir hier oben rechts ein. Die Flight Number ist die Lufthansa Cargo 2 Alpha Charlie. Die ergänzen wir hier links noch einmal. Und Cruising Flight Level ist 2,4,0. Wenn wir jetzt nachher planen würden, noch Step Climbs zu machen, könnten wir die hier noch hinten dran hängen. Brauchen wir in unserem Fall aber nicht. Und die Temperature, die können wir hier oben einfach ablesen. Wir haben es aktuell 14 Grad hier in Leipzig. Und unser Cost Index war bei 192. Den geben wir nach unten rechts einmal ein. Hier oben rechts seht ihr jetzt, wir sind auf Seite 1 von 3. Das heißt, wenn wir auf Page jetzt nach rechts klicken, dann haben wir hier die Gewichtsübersicht. Da können wir auch nochmal eingeben, was wir jetzt in unserem Fall für ein Zero-Fuel-Bait hatten. 191,2 waren geplant. Und 191,2 werden wir dann vermutlich auch haben. Das heißt, die können wir hier schon mal eingeben. Und das CG für den Take-Off und das Zero-Fuel-Bait CG, das können wir einfach gleich ergänzen. Davor geben wir noch hier oben den Block-Fuel von 21 Tonnen ein. Und um die jetzt zu ergänzen, klicken wir einfach einmal daneben. Dann zieht sich der Flieger die Werte, die er aktuell hat. Beziehungsweise hier stehen sie auch schon mal. Und dann würden wir normalerweise jetzt den Alternate-Fuel noch anpassen. Das geht in der Version jetzt aktuell noch nicht. Kann sein, dass es bei euch funktioniert. Dann würden wir da jetzt eben den Alternate-Sprit nach Charles de Gaulle noch eingeben. Ansonsten die Berechnungen mit Extra und sowas, das ist auch alles noch nicht ganz so valide. Das wird in Zukunft aber auch noch angegangen. Habe ich mir von den Entwicklern sagen lassen. Und dann können wir nochmal auf die dritte Page gucken. Das betrifft uns jetzt aber alles erstmal nicht. Das heißt, wir können zurück auf die Innet-Seite gehen und machen uns jetzt daran, den Flugplan einzugeben. Dazu klicken wir einmal hier auf die Flightplan-Page. Dann neben unseren Departure-Airport-Links. Und dann hier auf SID. Und dann können wir hier die vier Bahnen in Leipzig auswählen. Wir starten heute von der Runway-26-Left. Dann bekommen wir auch gleich alle dazugehörigen Departures angezeigt. Wir haben gesagt, wir starten über die Nefko-To-Serra. Wir wählen die also einmal aus. Bestätigen das Ganze mit Insert. Und dann haben wir die Departure mit den ganzen Wegpunkten drin. Dann können wir uns hier einmal durchklicken. Dann kommen die ganzen Wegpunkte, die wir unterwegs überfliegen werden. Bis zum Top-of-Descent. Den sehen wir hier auch schon. Dann sehen wir jetzt hier den letzten Wegpunkt Bitbu. Unsere Arrival sollte eigentlich ab dem Wegpunkt B-Tex losgehen. Das macht aber überhaupt nichts. Weil bei Bitbu gibt es auch eine passende Arrival. Das heißt, wir klicken jetzt einmal hier neben den Arrival-Flughafen. Klicken dann auf Star für die Arrival-Route. Sagen jetzt, welche Bahn wir gerne hätten. Das ILS-24-Sulu hätten wir gerne. Und über die Bitbu-to-Delta-Arrival soll das Ganze gehen. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, verschiedene Transitions auszuwählen. Also wie wir quasi vom Ende der Arrival auf den Anfangspunkt unseres ILS kommen. In unserem Fall führt uns unsere Arrival bis zum Wegpunkt Diekirch. Beziehungsweise zum Diekirch-Vua-Delta-India-Kilo. Und dann sehen wir hier auch direkt die passende Transition. Delta-India-Kilo-Tri-Charlie. Also wählen wir die einmal aus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr auswählen sollt, guckt ihr entweder in euren Flugplan. Wie da der letzte Wegpunkt heißt, vor dem eigentlichen Zielflughafen. Also da in dieser Tabelle unten, wo ihr genau seht, wann ihr welchen Wegpunkt überfliegt, mit wie viel Sprit und so weiter. Oder ihr guckt einmal in die Karten rein. Auch da seht ihr dann, wo eure Arrival endet. Jetzt können wir das Ganze hier auch wieder mit Insert bestätigen. Und dann haben wir schon unser komplettes Routing drinnen. Jetzt klicken wir nochmal auf Flight Plan, um direkt ganz oben zu sein. Und jetzt können wir hier wieder, wie gewohnt, in den Plan-Modus wechseln. Und hier mit den Pfeilen uns einmal durch das Routing klicken. Es geht also erstmal Richtung Südwesten. Dann biegen wir Richtung Westen ab. Es geht an Frankfurt vorbei. Und dann geht es hier auf die Arrival. Schaut alles noch ein bisschen sehr dynamisch aus. Das heißt, wir können das später noch so ein bisschen abkürzen. Auch da brauchen wir natürlich wieder die Freigabe vom Lotsen dafür. Aber für uns macht es ja jetzt Sinn, vom Wegpunkt Bitbu vielleicht auch einfach direkt abzukürzen. Nach Lima X-Ray 2 for India. Jetzt funktioniert das alles eher so ein bisschen wie im Airbus. Auch wenn McDonald's Douglas mit Airbus natürlich gar nichts zu tun hat. Und zwar müssen wir die Wegpunkte, die wir jetzt nicht mehr haben wollen. Also zum Beispiel die Kirch. Einmal rausklären. Dann haben wir automatisch diese Discontinuity. Also die Unterbrechung hier im Flugplan. Und dann können wir sagen, okay, den nächsten Wegpunkt wollen wir auch nicht. Den da wollen wir auch nicht. Und dann haben wir jetzt hier die Unterbrechung. Und jetzt müssen wir die zwei Punkte einfach nur noch verbinden. Dazu die Discontinuity rauslöschen. Und dann seht ihr, haben wir hier eine relativ schöne Arrival drin. Dann haben wir das schon mal gemacht. Routing passt also soweit. Wir können wieder aus dem Plan-Modus rausgehen. Klicken dazu einfach hier auf Map. Und jetzt müssen wir nur noch die restlichen Seiten hier ausfüllen. Zum einen haben wir auch hier eine Navrat-Seite, über die wir wieder verschiedene VOAs, NDBs hier am ADF. Oder dann später auch unser ILS-Cores eingeben können. In unserem Fall fliegen wir aber eine Anav-Departure. Das heißt, wir fliegen einfach nur GPS-Wegpunkte ab. Brauchen also keine Funk-Navigation dafür. Sonst hätten wir die jetzt hier noch ergänzt. Und dann gehen wir als nächstes auf die Take-off-Approach-Seite. Und hier müssen wir jetzt einmal unsere Take-off-Performance eingeben. Um die Take-off-Performance herauszufinden, wechseln wir wieder rüber ins Tablet. Da haben wir ja hier dieses Performance-Tool drin. Und da müssen wir jetzt einmal die nötigen Daten eingeben. Das heißt, wir starten von der 2-6-Left. Die Runway-Länge könnte man jetzt hier noch eventuell verändern, falls man einen Intersection-Take-off macht. Und die Wetterinformationen kann man sich hier direkt einmal ziehen. Unser geplantes Take-off-Wate können wir hier nochmal nachgucken. Das waren 209,4 Tonnen. Plus nochmal die knapp 2 Tonnen, die wir extra hatten. Das heißt, 211, wir rechnen mal mit 212 Tonnen. Wir wollen ja immer konservativ rechnen. Thrust-Setting können wir entweder einen Flex-Take-off oder einen Derated-Take-off hier auswählen. Wir wählen heute mal einen Flex-Take-off aus. Anti-Eyes brauchen wir nicht, deswegen steht das hier auf None. Flaps könnten wir jetzt entweder ein bestimmtes Setting vorwählen oder wir wählen einfach Optimum. Und die Packs werden anbleiben zum Take-off. Was wir auch machen können, ist einmal Get-Take-off-Wate drücken. Dann seht ihr, mit den 212 Tonnen lagen wir gar nicht so verkehrt. Und dann drücken wir hier unten auf Calculate. Und dann wirft uns der Flieger die Werte raus. Wir werden starten mit einer V1 von 137, einer VR, also einer Rotation-Speed von 150 Knoten und einer B2, der Safe-Climbe-Speed von 154 Knoten. Das Ganze mit einer Flex-Temperature von 59 Grad und einem Flap-Setting von 24,5. Jetzt werdet ihr euch vielleicht zu Recht fragen, okay, wie soll denn das funktionieren? Flap-Setting von 24,5. Die MD-11 hat tatsächlich ein bisschen besondere Flaps, die gucken wir uns gleich mal an. Aber davor geben wir diese Werte jetzt einmal ein. 137 Knoten ist die V1, 150 Knoten die VR und 154 Knoten die V2. Flap-Setting waren 24,5, geben wir hier einmal drüber ein. Packs können wir hier auf On oder Off wählen. Wir wählen heute Packs On und Flex-Temperature sind 59 Grad. Der Slope, damit ist quasi die Steigung der Bahn gemeint. Auch das können wir hier aus dem Tablet rauslesen. Hier haben wir nämlich einen Slope von 0,4 und wir sehen auch hier, wir haben einen Headwind von einem Knoten. Beide Informationen brauchen wir jetzt einmal, das heißt wir geben hier 0,4 Schrägstrich 1 an. Dann haben wir nämlich den Slope und den Headwind, geben das einmal mit ein und wir haben 14 Grad Outside Air Temperature, OAT. Jetzt kommt erstmal ein Format Error, das ist aber auch okay, weil der Flieger ja sowohl in Grad Celsius als auch in Grad Fahrenheit verwendet werden kann. Das heißt wir müssen jetzt einfach noch ein C hinten dran hängen und schon erkennt er, okay, der Kollege meint Grad Celsius und dann passt das. Jetzt müssen wir nur noch die Höhen für die Thrust Reduction und die Acceleration auch für den Fall des Engine Out hier festlegen. Das Ganze machen wir einfach heute in 1000 Fuß über Grund. Leipzig liegt auf 500 Fuß, das heißt 1500 Fuß geben wir jetzt hier einmal ein. Bei allen drei Feldern und dann sind wir nämlich hier soweit auch schon mal fertig. Ansonsten über das Thrust Limits könntet ihr dann auch noch festlegen, wenn ihr einen Derated Takeoff 1 oder 2 machen würdet. Das könnt ihr dann hier auswählen. Derated Takeoff 1 ist 10% reduziert und Takeoff 2 20% reduziert. Auch das könnt ihr übrigens im Tablet konfigurieren, wie stark er da reduzieren soll. Das letzte was wir jetzt noch machen müssen ist einmal auf Secondary Flight Plan klicken. Dann machen wir hier Copy Active und damit haben wir quasi unseren Flugplan hier jetzt im Secondary Flight Plan, wie wir es aus dem Airbus kennen, nochmal als Backup gesaved. Falls nachher irgendwas sein sollte mit dem primären Flugplan, könnten wir jederzeit auf den hier zurückgreifen und dann damit quasi weiterfliegen. Dann sind wir mit der Flugvorbereitung im FMS bzw. FMC soweit jetzt erstmal fertig. Wir können zurück auf die Init-Page gehen und machen uns jetzt daran, hier einmal noch ein bisschen was einzustellen. Wir müssen hier einmal auf Inch bzw. Hektopascal drücken, dass wir hier unten dann auch das für uns bekannte Format angezeigt bekommen. Und dann können wir uns jetzt hier das aktuelle QNH von 1008 in Leipzig einmal einstellen. Dann seht ihr auch Platzhöhe ungefähr 500 Fuß. Das passt. Dann müssen wir unsere V2, also die letzte Geschwindigkeit, die wir vorhin eingegeben haben, hier einmal eindrehen. Das waren in unserem Fall 154 Knoten, damit der Flieger die dann auch später hier auf unserem Speedband links anzeigt. Unser Heading stellen wir jetzt auf das Runway-Heading. Das sind bei uns 261 Grad. Und wir müssen noch einmal die erste Flughöhe, auf die wir steigen dürfen, festlegen. In Leipzig auf unserer Departure ist das Flight Level 7-0. Das heißt, 7000 Fuß drehen wir hier auch einmal ein. Und dann haben wir hier das MCP schon mal vorbereitet. Und jetzt könnten wir uns auch noch einmal die Karten zusammen angucken. Dazu gehen wir hier einmal ins Tablet rein und können dann hier auf View Arrival Airport Charts oder View Departure Airport Charts klicken. Das Ganze funktioniert nur, wenn ihr einen Navigraph habt. Dann könnt ihr das Ganze hier mit dem Tablet verbinden und euch dann hierüber die Karten anzeigen lassen. Das Blöde ist leider, dass aktuell sich das Flugzeug noch nicht den Anmelde-Code für euch merkt. Das heißt, ihr müsst euch jedes Mal, wenn ihr den Flieger neu ladet, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, in Navigraph hier wieder neu anmelden. Habe ich jetzt einmal schnell gemacht, deswegen der kurze Cut. Und dann können wir hier einfach auf View Departure Airport Charts klicken und dann sehen wir jetzt hier alle Karten für Leipzig. In unserem Fall holen wir uns jetzt erstmal die Parking Stand Karte. Wir stehen jetzt hier am Süd Terminal. Wir machen unseren Pushback dann, sodass unsere Nase Richtung Taxiway Victor zeigt. Und dann biegen wir einmal rechts auf den ab. Rollen hinter bis Sierra 10 zum Holding Point für die 2.6 links. Für die hatten wir ja auch geplant. Und dann können wir mit der vollen Bahnlänge von 3600 Metern hier starten. Können wir auch hier in der Karte nochmal sehen. Der Takeoff mit einem relativ leichten Flieger für die MD-11 oder zumindest keinem super schweren Flieger. Auf einer 3600 Meter Bahn ist unkritisch. Für alle roten Warnungen, die durchkommen, können wir bis V1 problemlos abbrechen. Sollten wir schon zu schnell sein, fliegen wir erstmal geradeaus weiter und steigen auf 3000 Fuß. Warum 3000 Fuß? Wenn wir jetzt hier mal auf SID klicken und auf die Nefco to Sierra, unsere Departure, dann seht ihr, die führt uns bis zum Wegpunkt D sein. Und dann hier in einem Bereich, wo wir eine MSA, also eine Minimum Sector Altitude, von 2800 Fuß haben. Das heißt, wenn wir auf 3000 Fuß steigen, sind wir auf einer sicheren Höhe unterwegs. Dann können wir hier innerhalb von den 25 Meilen problemlos dann eine Linkskurve drehen, hier in den Gegenanflug gehen und dann zurück nach Leipzig kommen. Wenn alles nach Plan läuft, fliegen wir auf Track 262, geradeaus zum Wegpunkt, wie gesagt, der D-San heißt. Dann biegen wir links ab nach Delta Papa 551 und dann geht es runter nach Nefco. Unser indische Climb, habe ich euch ja schon gesagt, Flight Level 70. Und was auch immer wichtig ist, ist die Transition Altitude. Also die Höhe, wo wir von Lokalluftdruck auf Standardluftdruck umstellen, sind in Deutschland immer 5000 Fuß. Und um das Ganze fliegen zu dürfen, brauchen wir ARNAV-1, wir brauchen ARNAV an sich Capability und wir brauchen ein DMI. Das Ganze ohne das Dreckhalsnavigationssystem wäre nicht erlaubt, haben wir aber vorhin eingeschalten und deswegen dürfen wir die so fliegen. Hier steht es noch, wir müssten München Radar rufen, wenn uns der Tower darauf hinweist oder dazu auffordert. Und maximal 250 Knoten innerhalb des Airspace Charlie gilt das nicht. Aber ansonsten fliegen wir, das sei eh ohnehin immer Below Flight Level 100. Ansonsten sehen wir hier unten noch mit knapp über 1600 Fuß, das höchste Hindernis im Sektor. Aber damit sollten wir auf jeden Fall nicht in Konflikt geraten. Dann sind wir mit dem EFB erstmal fertig. Jetzt können wir noch einmal schnell hier rüber gehen, können hier die Autobreak auf Takeoff stellen. Und apropos Takeoff, wir haben ja gesagt, wir möchten starten mit Flaps 24,5. So, jetzt können wir natürlich nicht hier 24,5 auswählen, aber die MD-11 hat ein Feature, was gefühlt kein anderes Flugzeug hat, nämlich eine flexible Flaps für den Takeoff. Hier können wir jetzt also einen bestimmten Wert auswählen und dieses Grad-Setting an Flaps wird dann für den Takeoff vom Flieger eingestellt. Dazu müssen wir einfach den Drehwahlschalter hier einmal ein bisschen bewegen. Dann seht ihr auch hier oben, das schwarze Teilchen wandert mit nach unten. Und hier stellen wir jetzt die 24,5 Grad Klappensetting ein, die wir dann für den Takeoff gerne hätten. Und dann wählt der Flieger auch genau dieses Setting aus. Ansonsten haben wir noch hier eine Klappensetting 0. Das bedeutet, die Flaps sind auf 0. Da fahren nun die Slats, also die Vorflügel aus. Dann haben wir noch Flaps 28, Flaps 35 und Flaps 50 sogar, was auch einzigartig bei der MD-11 ist. Da stehen die Landeklappen dann wirklich fast senkrecht. Das passt soweit, wenn wir eh schon hier unten sind, können wir noch einmal das Altitude-Reporting auf On stellen. Wir können das T-Gas einmal testen. Selbiges auch schon mal auf Above stellen, dass wir hauptsächlich den Verkehr über uns angezeigt bekommen. Und dann habt ihr gehört, den Test haben wir gepasst, also haben wir bestanden. Das ist immer gut zu hören. Und dann testen wir jetzt noch einmal das Ground Proximity Warning System hier oben. Auch einmal den Schalter kurz auf Test. Dann könnt ihr ihn wieder auf Norm stellen. Und dann geht das System in den Selbsttest. Und hier hört ein paar akustische Alarme, die wir hoffentlich heute im Flug nicht hören werden. Jetzt gucken wir noch einmal hier drüben. Hier wäre die Oxygen Mask, die können wir leider noch nicht testen. Das hätten wir sonst auch noch einmal gemacht. Und ansonsten die Quantity Stände vom Öl haben wir einmal gecheckt. Bei 22 vollkommen okay. Und auch bei der Hydraulik können wir einmal gucken. Beziehungsweise hier das erstmal deselecten. Das glaube ich auch. Und dann können wir hier die Hydraulik Page aufrufen. Aber sehen wir auch hier, Füllstände vollkommen in Ordnung. Auch das Hydraulik System können wir einmal checken, bevor wir jetzt gleich das wirklich im Flug nutzen oder nach dem Briefwerkstart nutzen möchten. Dazu gehen wir wieder ins O-Bide Panel. Gucken hier bei Hydraulik. Ganz rechts haben wir den Hydraulik Pressure Test. Die Klappe also einmal aufmachen. Das Knöpfchen hier drücken. Können wir die Klappe wieder zumachen. Der Test Mode geht dann automatisch aus. Davor müssten wir uns bestätigen lassen, dass gerade keiner unter den Tragflächen ist. Und keiner da, wo irgendwelche Hydraulikleitungen verlegt sind. Dass, wenn da was passieren sollte, keiner in der Nähe ist. Und dann werden jetzt nach und nach die verschiedenen Hydraulik Systeme einmal mit Druck beaufschlagt. Das können wir dann hier oben an der Indikation sehen, oder an den Indikationen sehen, dass sie dann hochlaufen. Und wenn das System dann gecheckt hat, dass alles funktioniert, fahren die dann entsprechend auch wieder runter. Hier sehen wir auch noch die Indikation dazu. Und der Hydraulik Pressure Test, der läuft jetzt also gerade. Und dann dauert das jetzt einfach 1-2 Minuten, bis da alle drei Hydraulik Systeme einmal getestet wurden. Jetzt geht er. Der Wert läuft hier hoch. Irgendwann wird es weiß, weil dann das Hydraulik System quasi in dem Druckbereich ist, wo es normalerweise arbeitet. Wenn es funktioniert, fällt das System wieder ganz kurz runter, fällt auch wieder hoch. Und das dauert jetzt einfach einen kleinen Moment. Einfach in Ruhe machen lassen. Und wir können so lange noch mal kurz ins Overhead Panel gehen. Dort können wir nämlich hier das Windshield-Heating schon mal einschalten. Wenn es jetzt besonders kalt draußen ist, beziehungsweise wir sehr Gefahr laufen, dass das Windshield beschlägt, dann können wir hier einmal Defog aktivieren. Und wenn wir natürlich große Gefahr laufen, dass es vereist, können wir auch hier das Anti-Eis noch auf High stellen. Dann hätten wir also erst recht hier sichergestellt, dass unser Windshield auf jeden Fall frei bleibt. Was wir jetzt auch einmal drücken, ist dieser Button hier, Fuel Used Reset. Wenn wir da nämlich einmal draufdrücken, dann resetten wir den Wert vom verbrauchten Sprit des Flugzeugs. Und das möchten wir einmal vor jedem Flug machen, dass unser verbrauchter Fuel jetzt auch wirklich nur für diesen Flug angezeigt wird. Jetzt habt ihr gesehen, das Hydraulic Pressure Light hier oben ist wieder ausgegangen. Der Test ist also fertig. Dann können wir auch hier aus der Hydraulic Page theoretisch wieder rausgehen, können uns die Engine Page wieder aufmachen. Die brauchen wir dann gleich für unseren Triebwerkstart. Und ihr seht ja noch, aktuell unser Stabilizer Trim ist noch in dem Bereich, wo wir ihn nicht haben möchten. Den müssen wir dann also noch entsprechend später einstellen. Aktuell haben wir einen CG von 24,5. Das heißt, wir stellen einmal unseren Trim ein. Ihr seht, irgendwann wandert das dann hier in den grünen Bereich. Und dann können wir das so also akzeptieren. Wenn das im orangenen Bereich wäre, dann dürften wir damit nicht starten. Wie man jetzt genau auswählt, welchen Stabilizer Trim man hier auswählen muss, kann ich euch leider nicht sagen. Es gibt hier nicht wie beim Airbus irgendwie Indikationen dafür oder so. Aber ich stelle es meistens so auf ungefähr 4 und dann merkt man relativ schnell nach dem Take-off, okay, muss ich vielleicht noch ein bisschen nachtrimmen oder passt es vielleicht auch so. Ist immer so ein bisschen abhängig vom CG. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Tabellen für gibt. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ansonsten haben wir hier erstmal alles Wichtige jetzt gemacht. Wir haben alle Tests gemacht und das Flugzeug ist jetzt bereit für den Pushback. Das ist aber dann was für den nächsten Teil. Für den ersten Teil soll es erstmal genügen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes und Neues für euch mit dabei. Die MD-11 ist ja dann doch nochmal ein bisschen anders, als es ein Airbus oder eine Boeing ist. Ich sage auch gerne hier nochmal dazu, auch für mich ist das Flugzeug neu. Es funktionieren auch aktuell noch nicht alle Features. Falls ihr aber noch Anmerkungen habt oder auch Fragen habt oder was an Feedback da lassen wollt, gerne unten in die Kommentare. Sonst freue ich mich wie immer auch über ein Like und ein Abo von euch. Und sonst wünsche ich euch einfach jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Kommt gut an eurem Ziel an und habt natürlich wie immer ein Always Happy Landings. Kommt gut an eurem Ziel an.